Musik Ladies and Gentlemen, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei Kirmes Aktuell und damit herzlich willkommen zum zweiten Vlog von Tourtag 2. Ja, klingt komisch, ist aber so, denn das hier ist jetzt quasi dann der zweite Vlog, der zweite Part, denn ich habe ja gesagt, ich werde das Ganze aufgrund der Länge des Vlogs dann einfach separieren und dementsprechend hier jetzt, ich bin angekommen in Wien, in meinem Hotelzimmer, habe ich im letzten Vlog schon am Ende auch gezeigt und ich glaube, es ist das beste Hotel, was man haben kann. Ich sage es auch hier nochmal, dieser Blick auf den Wiener Prater. Heute geht es auf den Wiener Prater. Wir haben Sonntag, es ist mittlerweile auch schon 16.30 Uhr. Der Prater scheint auch recht voll zu sein tatsächlich und ich bin eben heute bis abends um 24 Uhr am Prater und morgen dann den ganzen Tag. Morgen wird dann aber auch natürlich Tourtag 3 nochmal ein separater Vlog und heute geht es eben auf den Wiener Prater. Für mich eigentlich echt die letzten Jahre immer so ein Wunsch gewesen, ein Traum gewesen, endlich mal Wiener Prater und ich kann es selbst noch gar nicht glauben, ich hoffe, ihr merkt es auch so ein bisschen, wie ich mich gerade richtig freue. Endlich ist es soweit, Wiener Prater, ich freue mich riesig. Ja, ich werde jetzt gleich mal rüberschauen und werde wahrscheinlich erst einmal geflasht sein. Dementsprechend, ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt tatsächlich wirklich vlogge in dem Sinne. Zum einen natürlich, weil es auch jetzt gerade noch recht voll ist. Ich denke mal, gegen Abend könnte das dann vielleicht auch ein bisschen leerer werden, dass ich da dann ein bisschen mehr vlogge. Und zum anderen natürlich werde ich wahrscheinlich auch geflasht sein. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen möchte, fahren möchte und so weiter. Wetter passt ja jetzt auch zum Glück wieder. Dementsprechend, das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool werden. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich die Vlogs jetzt vom Wiener Prater her aufbaue. Nicht so wie in den Freizeitparks, wo ich quasi dann, ja, jetzt sind wir das gefahren, jetzt fahre ich das, dies, das. Weil wenn wir das da machen, dann geht der Vlog drei Stunden. Weil ich habe irgendwie 40 Sachen oder so auf meiner Liste, die ich da fahren möchte. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann immer so eine Minute davor und danach was erzähle, wird der Vlog sonst viel zu lang. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass ich euch einfach in der Hinsicht hier ein bisschen so mitnehme, ab und zu halt mal berichte und einfach so ein bisschen Impressionen auch Zeit von Wiener Prater natürlich. Und dann halt wirklich immer nur so nach ein paar Fahrgeschäften mich mal melde, wenn irgendwelche Highlights, sag ich mal, dabei waren, wo ich sage, boah, das war der absolute Hammer. So, ich merke schon, ich rede schon wieder viel zu viel. Und hätte gesagt, wir schauen jetzt einfach gleich mal rüber, sehen uns dann drüben wieder und dann mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem sensationellen Vlog. So, angekommen in Wiener Prater und ich stehe hier gleich vor einem sehr, sehr bekannten Geschäft, Dr. Archibald aus Deutschland. Ja, nur leider ist dieses Geschäft außer Betrieb. Ich habe da vor ungefähr einer Woche was komisches auf Facebook gelesen, irgendwas mit Sachverhalt, sonst was. Keine Ahnung, sie haben auf jeden Fall zu, warum steht auch nicht dran, steht nur außer Betrieb dran. Keine Ahnung, ob es jetzt Effekt ist, ob sie Corona haben oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schade eigentlich, denn die haben einen neuen VR-Film, den wollte ich eigentlich heute fahren. Aber es ist halt so. Ja, es ist auf jeden Fall einiges los hier, wie schon angekündigt. Die Gassen sind ganz gut gefüllt. Und hier steht gleich ein, fast schon Highlight, muss ich sagen. Ein sehr, sehr kurioses Fahrgeschäft, was einige Jahre auch nicht mehr auf Reisen war. Und jetzt hier im Wiener Prater steht. Ich schätze mal, da werde ich gleich mal als erstes reinschauen. Freue ich mich riesig drauf. Ihr bekommt auf jeden Fall davon auch gleich mal ein paar On-Ride-Impressionen. Und dann, hätte ich gesagt, geht's direkt los. Und dann, hätte ich gesagt, geht's nicht mehr. Und dann, hätte ich gesagt, geht's nicht mehr. Ja, der Air Max, absolut geiles Teil. Richtig, richtig cool, dass ich das jetzt endlich mal fahren konnte. Stand schon länger eigentlich auf meiner To-Do-Liste. Weil ich finde, das Geschäft schaut recht kurios aus von außen auch, während des Fahrablaufes. War echt richtig cool. Ja, aufgrund des Wetters, da das ja doch heute noch recht gut ist und morgen wohl auch ein bisschen Gewitter, werde ich heute jetzt erstmal versuchen, ein bisschen, sag ich mal, so die Sachen, die definitiv außen sind, zu fahren. Denn es gibt ja hier auch diverse Geisterbahnen, Darkrides und so weiter. Das heißt, ich versuche jetzt hier auf jeden Fall mal ein paar Sachen, die außen sind, mitzunehmen. Auch mal ein bisschen Achterbahn eventuell zu counten. Es gibt hier nämlich, glaube ich, 14 Counts heute, wenn mich nicht alles täuscht. Komplett crazy. Aber gut, ja, ich schaue einfach mal weiter, mal schauen, was ich als nächstes fahren werde. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Werdet ihr spontan sehen. Nein, ich bin nicht im Freizeitland Geiselwind, aber hier steht auch ein Boomerang, tatsächlich fast baugleich. Außer, dass hier eben noch so ein Tunnel noch mit dabei ist. Ja, da werde ich jetzt als erstes mal reinschauen. Der erste Count hier in diesem Park. Ich hoffe, ihr versteht mich soweit. Denn es ist hier natürlich auch recht laut. Es ist im Endeffekt der Dauerkirmes hier. Das heißt, man hat hier Reko und, und, und. Ich schaue jetzt mal rein in den Boomerang. Hier bekommen ein paar On-Ride-Impfusionen. Fink mich spannend. Mal schauen, ob es sich auch so schön fährt, wie der in Geiselwind. Ich schaue jetzt mal rein. Ich schaue jetzt mal rein. Ich schaue jetzt mal rein. Boomerang bin ich jetzt gefahren. Ja, hat ein bisschen andere Züge fertig. Dadurch finde ich auch ein klein wenig unruhiger. Aber war trotzdem auf jeden Fall ganz cool. Das mit dem Tunnel ist ein cooles Element. Ist zwar leider nichts drin im Tunnel, aber war cool. Ja, und wenn wir schon beim Achterbahnens sind. Rollerball, auch eine neue Achterbahn hier dieses Jahr im Wiener Prater. Werde ich gleich mal mitfahren. Und dann haben wir da drüben auch noch Volare. Ob ich bei Volare filmen werde, muss ich mal gucken, weil das ist eine liegende Achterbahn. In der Sprech muss ich mal gucken, ob das mit der GoPro irgendwie hinhaut. Aber auf jeden Fall Rollerball. Bekommt jetzt mal ein paar Online-Impressionen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, ich bin jetzt gerade Rollerball gefahren. Ja, ist ganz nett. Ist halt eigentlich echt wie die Wilde Hilde im Schwabenpark. Und Volare, da habe ich das Film dann tatsächlich lieber sein lassen. Weil es ist wirklich ein bisschen tricky. Aber ein mega cooles Erlebnis mal im Liegen der Achterbahn zu fahren. War meine erste liegende Achterbahn. Ja, sie fährt sich natürlich jetzt nicht ganz so sanft. Ist ein bisschen unruhig. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich meine, für 5 Euro Eintrittspreis hat sich das durchaus gelohnt. Und jetzt geht es als nächstes mal in dieses kuriose Ding hier. Tornado oder so heißt es. Das schaut komplett krank aus. Ich bin gespannt. Ich fahre das jetzt mal. Auf geht's. Ich bin jetzt gerade mit Tornado gefahren. Ja, brutal geiles Teil. Also schaut von außen fast ein bisschen schlimmer aus, als es da letztendlich ist. Ist halt eine Schaukel mit Überschlag und so. Echt cool. Hat mega Spaß gemacht. War eine coole Sache. Vor allem Fahrpreis 5 Euro auch völlig umarm. Auch finde ich. Super geil. Ja, mal schauen. Ich schaue jetzt mal direkt weiter. Hab gerade schon gesehen, während ich das gefahren bin. Da hinten steht schon das nächste extreme Ecstasy. Hat ja nicht unbedingt auch einen guten Ruf, weil schon vieles passiert ist auch bei diesem Geschäft. Mal schauen. Und ich denke trotzdem, dass ich nicht mehr fahren werde. Ich guck mal hin. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ja, ich komme jetzt aus Ecstasy, leider, leider, leider durfte ich dort nicht filmen, ich habe auch nochmal nachgefragt, ob man was machen kann mit Brustgott und so, war leider nicht okay, aber ihr habt ja gerade ein paar Off-Ride-Impressionen gesehen, alter Fabal, der hammergeiles Teil, heftig, also richtig heftig. Ja, habe es aber überlebt, dementsprechend jetzt mal ein bisschen was ruhigeres, ich denke mal jetzt nochmal ein, zwei Achterbahnen, gibt es ja noch ein paar Counts hier zu holen, auch wenn es nur eine klassische wilde Maus ist, Count is Count, dementsprechend schaue ich jetzt mal hier zu dieser wilden Maus rein, ich weiß, was ich erwarten würde, nichtsdestotrotz, auf geht's, ihr bekommt ein paar Online-Impressionen und danach geht's weiter. Jawarafa Jawarafa Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt gerade im Anschluss noch den Praterturm hier gefahren, als kleine Einstellung, denn bei meiner Tour werde ich hier auch im Skyline Park vorbeischauen und bis dahin hat hoffentlich dann endlich auch der größte Kettenflieger der Welt offen, mal schauen Der hier war aber auch schon ordentlich hoch, genau, das weiß ich gar nicht, ich glaube Flücke ist um die 90 Meter, da bin ich alles täuscht Ja, jetzt als nächstes werde ich mir denke ich mal was zu essen suchen, denn ich habe langsam ein bisschen Hunger Wir haben auch mittlerweile schon 18.30 Uhr, das ist die Zeit, die geht schon auf jeden Fall hier schnell weg Aber der Park hat ja heute auch hier bis 24 Uhr offen und morgen auch, habe ich ja den kompletten Tag dann Und dementsprechend sehe ich das trotzdem noch relativ entspannt, weil ich bin schon einiges gefahren eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen Ja, ich esse da erstmal was und dann sehen wir uns danach wieder So, gegessen habe ich jetzt soweit Und jetzt werde ich mir als nächstes, gleich weil ich hier eh bin, nochmal einen Count holen Und zwar den Mega Blitz, eine Achterbahn, werde ich mir jetzt mal reinbegeben und danach denke ich, werde ich erstmal noch ein bisschen den blauen Himmel nutzen Und ein paar Offroad Aufnahmen machen, es wird zwar zu langsam, sogar schon dunkel Aber nachdem es dann morgen eben regnen soll, dass ich dann morgen eventuell nicht mehr so viele Offroad Aufnahmen machen muss Oder ich möchte die ja freiwillig machen, was heißt die muss Und morgen dann eben auch eher die ganzen Indoor Attraktionen fahre Das soll nämlich erst abends wohl regnen, das heißt nachmittags habe ich dann auch nochmal Zeit in Ruhe ein paar Attraktionen außen zu fahren Dementsprechend sehe ich das jetzt heute schon noch relativ entspannt Und ich freue mich vor allem, wenn es jetzt da dunkel wird, wie der ganze Prater hier so im Dunkeln ausschaut Bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf Also dann geht es jetzt rein in den Mega Blitz, ihr bekommt eine Online-Impression, viel Spaß! So, ich komme jetzt gerade aus dem Mega Blitz, ja Das war eigentlich eine echt schnelle Achterbahn, muss man sagen, also die hatte ordentlich Speed, war richtig cool Ja, jetzt wie gesagt nutze ich das Wetter noch ein bisschen und mache jetzt erstmal ein paar Offroad Aufnahmen Das heißt, ihr bekommt jetzt einen kleinen Offroad Mixtape und dann melde ich mich später wieder, wenn ich dann wieder was fahren werde Weil es steht ja trotzdem noch einiges auf dem Programm Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Offroad Impressionen und wir sehen uns später wieder! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ja, gegen Abend hin ist es dann, wie ich schon fast vermutet habe, doch jetzt auch nochmal ein bisschen voller geworden Und dann kam jetzt dann nochmal ein Schub Leute, quasi so ein fliegender Wechsel Jetzt ist es jetzt auch tatsächlich schneller dunkel geworden als erwartet Also es wird ja jetzt hier gerade schon richtig dunkel Deswegen, ich bin jetzt hier auch mal kurz hier wieder entlang, weil es hier einfach ruhiger ist zum Vloggen als da drin, wo überall Remmidemmi ist Die Achterbahn hier, die gesenkte Sau, die Neuheit hat leider auch zu Der Eurocoaster hat zu, Dr. Archibald hat zu und beim Eurocoaster war an der Kasse so ein Versiegelungsding drin von der Behörde von Wien sonst was irgendwie, dass die deswegen geschlossen haben, keine Ahnung Ich weiß nicht, ob die anderen Attraktionen deswegen auch zu haben, keine Ahnung, ob das was mit Corona zu tun hat, Hygienebestimmungen, ich weiß es nicht Alles nur Spekulationen, auf jeden Fall hoffe ich, dass irgendwas davon vielleicht morgen auch offen hat Also Dr. Archibald und Eurocoaster, nachdem da auch so ein Dings da dran ist, gehe ich jetzt mal nicht davon aus Aber ich hoffe zumindest, die gesenkte Sau, dass sie morgen mal offen hat Weil den Count möchte ich mir eigentlich schon holen Eurocoaster, den Count habe ich ja schon, das wäre wurscht Ja, ich werde jetzt denke ich mal noch ein bisschen Aufnahmen machen von den Geisterbahnen von außen Schauen wir mal jetzt an den Dunkeln Und ich denke dann tatsächlich auch mal in die ein oder andere Geisterbahn reinschauen Könnte ich mir vorstellen Weil Geisterbahnen gibt es hier in diesem, ich sage immer Park, in Wiener Prater halt echt jede Menge eigentlich, muss man dazu sagen Also ich glaube so sieben Stück, acht Stück auf jeden Fall Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was die Geisterbahnen so zu bieten haben Ich denke mal, ich werde jetzt zwar noch nicht alle gleich heute fahren Möchte mir auch noch ein bisschen was für morgen aufheben, habe ja den ganzen Tag Zeit Habe jetzt gerade auch nochmal auf den Wetterbericht geschaut für morgen Ja, also auf jeden Fall kein blauer Himmel mehr Von dem sieht man jetzt zwar langsam auch nichts mehr Sondern eher so den ganzen Tag stark bewölkt Kann immer mal wieder auch gewittern theoretisch Also recht spontan, wie dann tatsächlich morgen der Tag abläuft Ich schaue jetzt auf jeden Fall mal in die Geisterbahn rein ein bisschen Ihr bekommt denke ich mal auf jeden Fall nochmal ein paar Impressionen Ich denke mal jetzt nicht, dass ich mich nach jeder Geisterbahn jetzt einzeln melden werde Eher dann mal so ein bisschen so eine Art Gesamtfazit oder so Von den Geisterbahnen hier im Wiener Prater Ja Alter, da ist Wasser runter von der Rutsche Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit Und ich denke mal, ich werde heute wahrscheinlich auch nicht ganz bis zum Schluss bleiben Weil ich ganz gerne, das beleuchtet hier alles auch noch von meinem Zimmer aus mal begutachten möchte Dementsprechend denke ich, werde ich da heute mal nicht ganz bis zum Schluss bleiben Ich habe ja morgen dann eh den vollen Tag von daher Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen kaputt, denn ich bin ja schon seit heute Morgen um 6 Uhr schon wieder auf den Beinen Also gut, dann jetzt ein paar Geisterbahn-Impressionen und ich melde mich dann später auf jeden Fall nochmal wieder Kein Super! Ruf! 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 So meine Lieben, wie ich ganz auch schon den Kerriär fasst... ...halte Frauen noch mal. 4. 3. Drei. 4. 3. Drei. Drei. Ja, ich war jetzt mittlerweile schon in drei Geisterbahnen, wobei eins davon sogar was zum Durchlaufen war mit einigen Fahrelementen noch drin. Also da gab es dann so einen Aufzug und dann gab es so etwas wie in Deutschland bei uns Hexenbippe, so eine Art Madhouse, nur in Horrorversion so ein bisschen. War echt mega, mega cool und jetzt war ich hier gerade noch in der Geisterbahn. Da steht zumindest oben noch dran, ich weiß nicht, ob es aktuell ist, die größte, längste und höchste Geisterbahn Europas. War auf jeden Fall eigentlich echt ganz cool, es sind zwar relativ alte und veraltete Effekte, nichtsdestotrotz hat das eigentlich auf jeden Fall Spaß gemacht, fand ich. Ja, ich werde mal weiterschauen, es gibt mit Sicherheit noch ein paar Geisterbahnen, ich werde mich wieder melden. Hallo. Hallo. Oh, oh. So, ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Cut, denn es gibt jetzt ein bisschen was zu erzählen. Ich bin jetzt gerade zuletzt die Geisterbahn Hotel Psycho gefahren. Dort durfte ich euch leider keine On-Ride-Aufnahmen zeigen, hat aber auch in der Hinsicht einen ganz bestimmten Grund, also was ich da jetzt gesehen habe, Lecomio. Meiner Meinung nach die beste Geisterbahn der Welt. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber die beste Geisterbahn auf jeden Fall, die ich bisher gefahren bin und was da passiert ist sensationell. Die Gondeln, die können sich drehen. Animatronics aus Amerika, ein Traum. Ach, da waren sie schon. Der Geisterbahnwagen bleibt stehen. Also das war der absolute Hammer. Das war so genial, vor allem die Fahrt hat auch richtig, richtig lang gedauert. So, unscheißungelogen, ich schätze mal so vier, fünf Minuten bestimmt. Also richtig, 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 richtig geil. Was es da am Prater alles so zu sehen gibt, Wahnsinn, Leute. Und das war jetzt erst so der erste Abend, im Endeffekt, weil morgen habe ich ja dann nochmal den kompletten Tag, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ihr seht hier im Hintergrund, ja, noch leuchtet alles. Halbe Stunde oder so hat das Ganze jetzt noch offen. Ich habe, wie gesagt, jetzt heute mal ein bisschen früher dann hier den Weg zum Hotel aufgesucht, weil ich bin tatsächlich echt K.O. Ich werde jetzt noch ein bisschen Videoschnippeln gleich und das ganze Material von heute natürlich alles auch sichern auf dem Laptop. Und dann geht's morgen weiter von 11 Uhr bis 24 Uhr Wiener Prater. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, dass euch der heutige Vlog hier gefallen hat vom Wiener Prater. Bedankt mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen und dann beim nächsten Vlog natürlich wieder einschalten, wenn ihr mehr davon sehen wollt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.